Ja, Magnesium kann ich auch nicht machen. Und Tailor! Tailor ist super, Tailor ist super lieb! Tailor ist super, ja. Ja, ja, ja. Ich habe kein Kindes noch für mich. Ah, wir kommen einen Waffen wechseln. Hö, mit, äh, A. Na. Das ist die Linke-Tasse bei mir. Ach, du hast ja... Ja, ich habe auch den Schrohr-Printen, das ist super wittig. Die Schrohr-Printen muss ich auch nicht haben, oder was? Nein, nein, wahrscheinlich was tun. Ja, wir haben Türwaffen. Es scheint immer noch die anderen Männer zu spielen. Also, ich will schon mal die Warten, weil ich die nicht mehr ausgänge. So, das ist gut. Ja, ich will gleich sein. Ja, super. Ja, super, wo bin ich? Ich habe nicht mal irgendeine Ahnung, wo ich bin gerade. Ja. Super, es gibt einen Ruppenruf, den ich drücken kann, und einen Ruppenruf, den ich nicht drücken kann. Ah! Ich kann nicht atmen, ich gehe gar nicht auf. Ja. 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 Hau, da springen dich auch. Hast du Luftgas, ne? Zack, zack. Das ist die ganze Zeit nur so von mir. Komm her, du. Passt gleich zum Stecker. Höh? Oh mein Gott, oh mein Gott! Woher einstisch? Ah, du darfst laut mich hin. Ah, ha, ha! Dann haben wir euch dann auch lautens. Die Anstiege halt neben uns. Dann muss ich nicht tun. Du, euch. Nun, das ist eigentlich der Bisse. Ich sag mal mit Tese einiges. Fuck, wir schätzen dich schon, wenn du die ziehst. Wie bist du? Ich bin gerade nur in der Ase, aber wie ich mache. Äh. Wo bin ich jetzt bitte? Ah, das gibt's ja gerne. Ja, so. Keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht ein Maschinenraum oder sowas. Das war natürlich kein Atem. Hast du schon ein Mini-Deks? Ne, ich hab doch keine Minen dabei. Hahahaha. Guck mal, ob das eine wird sein. Äh, ich werde nicht mehr Spaß finden. Ah, da wird das so. Muuuuh. Bloß eine Einzige hat das Ganze gewollt in Luft. Wenn jemand das noch zur richtigen Züngergelplatz sind, aber nein. Ja, das mag ja eine Einzige sein. Ah. Das habe ich selbst noch quasi bekommen. Das ist aber das Lächerlichste überhaupt. Vor allem wenn ich dich kämpfen mag. Versteckst du dich eh bloß? Nein, jetzt komme ich schon. Warte, so, ich hab dich auf meinem Radar drum. Das ist völlig. Hä? Oh nein. Hä? Hä? Äh, jetzt wird's. Und jetzt bist du weg. Ja, da, da muss ich wohl kommen. Jetzt kommt ja gleich aufs Eko-mäßig schon. Oh! Willst du ihn zur Stärkung haben? Ja. Ich rach, ich wer miemens. Schon auch viel. NIEWAAAH! Ja hier! Jawohl!! Hätt auch Gasflopfen nehmen sollen. Ja, die war dazu glaub ich, auch mitgebracht gewesen. Die kommt kommt mir bei mir weiter. Die ist deppert, gell? Man muss Spieung sein. Wieso? Wie meinst? Wieso spold ich jetzt ne Mailball? Kommt's um, jetzt muss man nicht mehr einkommen. So was wär's. Fack erlauben. Aaaaah! He? Bist gehackt? Was wär denn gehackt? Wurscht. Wurscht. Nein, das hab ich nicht gesehen. Nein, nein. Was? Nein, du bist doch klar. Dann bin ich jetzt wieder gestorben. So, dass ich mich mit mir auch nicht hab. Dann bin ich jetzt wieder gestorben, Mann. Keine Ahnung. Ja, du geh ja. So, was mach ich jetzt? Ich heil mich erst einmal. Heile, 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 heile. Na, jetzt bist du dran, Mann. Na, die anderen sind es geführt, ja? Ja. Scheiße. Na, der anderen hat den Lahn ausgewürzt. Oh, Mann. Oh, schon wieder. Oh, 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 oh. Du versteckst ihn auch. Ich rede gar nicht zu dir. Oh, Mann. Das gibt's doch nur. Du rennst da, du schon wieder einmal an davor. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, hab ich nichts mehr. Das ist aber nicht mehr zu tun. Ich habe noch gar nicht zu tun. Oh, komm, ich bin nicht zu tun. So, wie es denn ist. Oh, mein Geist. Oh, dein Geist. Oh, dein Geist, ich sag's dir. Was gibt's? Silvia Kanaden. Jetzt wird's doch gut gehabt. Nein, Yotokuna! Nein, Yotokuna! Ja, Yotokuna! Ich kann mir sagen, dass alle Granaten Homing sind. Die Granaten haben irgendwie einen Homing-Mechanismus, die dich dann einfach verfolgen. Weil ich schreibe immerhin und den Stefan trifft. Das sieht's mir aus, wenn ich spüren. Weil ganz woanders und mir gehört's drauf. Mach dich so am Tod. Da bist du drin! Voll einstellen, voll einstellen!